Welche Trends erwarten uns im LinkedIn-Marketing für 2023? LinkedIn ist das weltweit größte Netzwerk mit aktuell ca. 900 Mitgliedern in etwa 200 Ländern. In der DACH-Region sind es etwa 20 Millionen Mitglieder. Mein Name ist Claudia Hilker, ich bin LinkedIn-Marketing-Expertin und berate viele Unternehmen dazu, wie sie mit LinkedIn Wachstum erzielen. Aber nun kommen wir zu den Trends. Der erste Trend ist, dass das Thema Branding immer wichtiger geworden ist, also das Thema Personal Branding, Expertenpositionierung oder auch Leadership-Positionierung. Damit kannst du schon automatisch die richtigen Personen anziehen, du kannst deine Reichweite erhöhen und du erhöhst auch die Annahme deiner Kontaktanfrage, wenn du deine Positionierung aussagekräftig gestaltest. Und dafür empfehle ich dir die LinkedIn-Profiloptimierung. Zweiter Punkt ist, dass das Employer Branding immer wichtiger geworden ist, damit Unternehmen mit ihrer Arbeitgebermarke die passenden Kandidaten, die passenden Mitarbeiter gewinnen können. Und dafür ist es wichtig, Einblicke ins Unternehmen zu geben und auch regelmäßig zu posten, damit diese konstanten Einblicke passieren und das Unternehmen als offen und transparent wahrgenommen wird. Der dritte Punkt sind Markenbotschafter- und Corporate-Influencer-Programme. Indem die Mitarbeiter eines Unternehmen oder eben auch externe Corporate-Influencer Inhalte teilen vom Unternehmen oder extra auch Inhalte gestalten, wird die Sichtbarkeit und die Reichweite des Unternehmens gefördert. Folglich kann das Unternehmen damit noch mehr Kunden gewinnen und auch noch mehr Mitarbeiter gewinnen. Der nächste Punkt ist Content-Marketing. Es wird immer visueller und das bedeutet, dass es wichtiger geworden ist, die visuellen Inhalte attraktiv zu gestalten. In meiner Beratungspraxis gestalte ich personalisierte, gebrandete Content-Inhalte, damit das Key-Visual, also die Grafik, die du teilst, wirklich attraktiv ist und damit erzielen meine Kunden wirklich super Ergebnisse. Deshalb würde ich dir das auch empfehlen. Zudem wird die verstärkte Nutzung von den LinkedIn-Live-Videos und von den Webinaren noch weiter gefördert. Auch das ist ein Trend, der LinkedIn jetzt am Herzen liegt, dass eben die Videos noch stärker gesponsert werden und noch stärker durch verschiedene Maßnahmen gefördert werden können. Melde dich, wenn du Unterstützung brauchst zum LinkedIn-Marketing. Folge mir, damit du keinen Beitrag verpasst.